Hallo und herzlich willkommen hier, zurück zu den Sea of Thieves, zu den rumpen Geschichten an meiner Seite, die legendären Piraten haben wir nicht, aber wir haben ganz gute Piraten, Siebel Peter Mene, hallo. Moin, moin. Ja Leute, die Ampel steht auf grün, ja, wie bei der Wahl gestern und deswegen fahren wir los, würde ich sagen. Wir haben einfach eine billige Mission angenommen, übrigens wir haben Season 4 und werden da einfach mal gucken, ob wir irgendwas finden, was irgendwie neu ist. Es gibt neue Orte, es gibt Unterwassermissionen, haben wir gehört, hat Mene erzählt. So, wir haben jetzt hier einen Kompass und der zeigt nach schräg links. Also wir haben einen Kompass? Von der Mission oder was? Ja, Richtung Westen ungefähr müssen wir fahren wahrscheinlich. Westen? Geht jemand ans Steuer? Bin ich schon. Ich bin am Optimize. Ja, ja, du mach, optimiz du mal vorne, ich optimize hinten. Also hier ist vollkommene Optimierung. Ja, hier auch. Jetzt nicht mehr, weil er gelenkt hat. Hör auf zu lenken. Hör Nadenlose. So. Ui, ja, pflügen hier durch ziemlich genau. Das kannst du echt noch rechts müssen, also ich hoffe, ich genau noch lassen. Das zieht, das zieht. Oh, Igor, der 2 ist noch nicht da. Oh, stimmt. Und Vogel auch nicht. Mach er Platz. So. Fliegvogel. Ja, da. Nee, andersrum. So. Fahren wir auf das vor dazu? Nee, ich bin glaube ich recht dran vorbei, aber irgendwie die Strömung und der Wind treibt uns immer ein bisschen nach Süden ab. Die Strömung dann. Keine weiteren Schiffe in Sicht. Gut. Sollten wir vielleicht auch, ähm, wir brauchen Beiboot und Sprengfässer? Ja. Das wäre gut. Ja. Falls wir welche finden, nehmen wir sie mit. Die Strömung, das unstete Luder. Ja. Ach, Igor, der 2. Ich hab dich vermisst, letzte beide Wochen. Woche weg. Ich war auf Landbesuch. Bei meiner Oma. Bei meiner Oma Olga. Sie grabt Brannhähnchen. Jetzt. Wer hat Geburtstag? Ich hatte letzte Woche. Hat sie wirklich? Ja. Hä? Ich bin das nicht in meinem Kalender. Keine Ahnung, weil ihr schlechte Freunde seid. Herzlichen Glückwunschmähne. Danke. Ich weiß, dass Kai mal drin stand. Aber dann hast du ihn wieder rausgelöscht. Geil, es gibt Happy Birthday als nicht. Alles, alles Gute. Ja, danke. Das ist ja eigentlich, äh, oh, 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 oh. Äh, Leute. BeiBoot. Da ist ein BeiBoot. BeiBoot. Anker, Anker, Anker. Ich verteidige das BeiBoot. Ah, du Zwiebel, lass das BeiBoot irgendwo. Das ist doch die Insel, wo wir hinmüssen, Leute. Das ist sogar die Insel, wo wir hinmüssen. Guck mal, ich mach jetzt folgendes. Ja, der Kompass. Ich geh in der Board. Der Kompass sagt, ich bin direkt. Zwiebel, hör auf! Was denn? Kack Seegang. Mal weiter. Oh, da ist ein Schiff daneben. Ah, Mann, ey. Ich komm nicht weit genug runter. Was soll man denn hier überhaupt machen? Dem Dings folgen oder was? Keine Ahnung, aber mein Scheißer. Der spielt jetzt hier ein bisschen gerade verrückt, nicht? Ja, ja, genau. Das ist das Zeichen dafür, dass wir nahe dran sind. Mist, die Kack. Ich komm nicht weiter ran. Mit der Harpune. Hätte ich nicht. Scheiß. X Viecher hier. Bitte? So, jetzt dreht er sich rund hier. Normale Leute Schlangen. Brut. Denk mal hier so in den Dreh, oder? Stab mal. Hier ist irgendwas. Stab ein Stück entdeckt, sehr gut. Wo sehe ich das denn jetzt? Da. 3 Dimensionen. Okay. Ja, jetzt zeigt der Kompass auch wieder woanders. Ich weiß nicht, welche Insel das ist. Oh. Was denn? Hi? Ja. Ola, Senora. Hi. Ola, Hi. Was geht denn mit Ihn? Sie sind hier verloren. Stab, stab. Äh, Leute. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir die anderen Stücke halt auch noch finden müssen. Ja, na klar müssen wir sie noch finden. Hier ist ne Katze. Weil welche Insel das ist, können wir so schon rausfinden. Aber wahrscheinlich das nächste. Ja, aber wir hatten das schon mal und haben dann festgestellt, Mist. Wir brauchen ja alle Stücke. Ja, wir brauchen das X. Okay. Vogel, du hesselich ne Fritte. Hier ist ein Buch, habt ihr es gesehen? What? Wo? Tatsächlich? Klitterbarz, irgendwas. Boah, Leute. Ernsthaft, ne? Was ist denn? Die haben doch irgendwas an der Steuerung geändert. Wieso? Komm mir gar nicht mehr klar. Ist jetzt Escape raus aus dem Menü? Ja. Ja, schon immer. Wo ist ein Buch? Neben den Fässern hier vorne. Hier oben stehen, aber man bekommt keine Belohnung dafür. Ich habe irgendwas gekriegt mit Einkaufen oder so. Ja. Ich auch. Belobigung. Einkaufen und Vorräten. Ja, genau. Aber Mene hat ja schon was durchgespielt. Wahrscheinlich hat er das schon längst. Ja, hatte ich das vielleicht schon. Haben wir alles auf der Insel? Ja? Dann gehe ich in mein Beiboot. Hä, du? Ich entdeck, ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Und vor allen Dingen, äh, ich lange Zeit Ruderprofi gewesen. Ja, ja. Ist klar. In alter Heimat auf dem Balkan. Ja. Ey, Mene. 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 Ja? Geh da weg. Warum? Ich ziehe. Mene, mach mal die Ruderkiste noch leer. Ich habe da auch schon einiges rausgeholt, bitte. Dann können wir die gleich unten in die Fässer stopfen. Achso, ich habe ganz viel im Inventar. Achso, alles gut. Dann nicht. Kein Problem. Ist kein Problem. So, jetzt der richtige Knopf. Richtige Knopf drücken, Brilli. Hey, wer war das? War ich. Affenmann. Oh, da ist ein großes Schiff. Eieiei. Oh. Eieiei. Links von uns. Ist aber weggefahren. Ist weggefahren. Die Feigenschweine. Du lügst doch. Ne, ist jetzt hinter der Insel da, im, im, links von uns. Da müssen wir auch hin. Wenn du Fallout zockst, ist jetzt hier das ganz anders. Ja, ja, genau. Aber jetzt kommt der große Fallout-Profi. Ja, genau. Ich bin Fallout. Hm. Ja, ich spiele halt gerade Fallout. Wir sind jetzt nach Süden. Ziemlich genau nach Süden. Ja, dann machen wir mal hoch den Prügel hier. Anker hoch. Ich helfe euch, ihr kleinen Fotzen. Das ist halt, da schläfst du vor. Schöne Größe aus Fallout. Oh, oh. Geht schon mal reparieren. Was machst du hier? Oh, oh. Alter, du bist ein richtiger Foto. Blanke am Mann. Alter, hier bricht ja alle zusammen. Oh. Mal kurz rausgeglischt. Oh, die Katze. Die Katze. Die Katze. Oh, wir haben einen Feind an Bord. Feind an Bord. Feind an Bord. Feind an Bord, Leute. Da ist ein Feind an Bord. Ja, Mann. Wo kommt der denn her? Keine Ahnung. Mach den kaputt, ey. Wo ist er denn? Wo ist er? Der ist tot. Okay. Ne. Normalerweise nicht. Ne. Vielleicht wieder auf dem Felsen. Die dumme Sau. Ich weiß nicht, der war auf einmal da. Ankerlichten. Der hat sich bestimmt in so einem Fass versteckt. So. Weiter geht's. Banana. Ja, Banana. Hab ich Schuhs kassiert. Wir brauchen mehr Vorräte, Leute. Mhm. Äh, Mädel? Ja? Hast du den Kompass im Auge? So ein bisschen. Fahren wir überhaupt richtig? Ja, wir müssen da nach Süden halt. Heut, heut, heut. Es könnte sein, dass es hier die große Insel ist, die vor uns ist. Wir könnten auf die Insel, die gesucht ist, schon fahren und einfach überall draben, wo geht. Ne, das geht leider nicht. Das haben wir schon mal probiert. Was überall? Das kann keiner sein. Genau geradeaus müssen wir. Nicht mal wir sind so dumm. Doch. Waren wir. Peace Haven. Challenge accepted. Ja, das ist die Insel. Wicht der Server da, weil wir zu viele Löcher gegraben haben. Kompass fängt an zu zittern. Ja. Wer zittert? Achso. Der Kompass. Wie ist das aufzuladen? Äh. Anker, Anker. Fahrt mal da ran da. Da ist einmal ne hübsche Insel. Waren wir hier schon mal? Da ist ein Schiff, da ist ein Schiff. Wo? Hinter der Dings Wir stehen und schwimmen alle hin Komm wir schwimmen alle hin Habt ne Waffe mit Oh ich hab tatsächlich vergessen Nachzuladen Ist er dir unterwegs? Ja ja ich bin hinter dir Oh Leute jetzt knallt's Was willst du jetzt machen? Wir hauen die Sehr egal wenn wir sterben sind wir wieder auf unserem Schiff Aber die können unser Schiff erraten nicht Machen unser Schiff erraten nicht kaputt Nun ja Seid ihr hinter mir? Ja ein bisschen weiter Aber ich kann mich ja verstecken und Sniper Ich hab ja auch einen Sniper am Spitzel Das ist ein großes Ich bin richtig aufgeregt jetzt Das ist ein großes Leute Lass uns hin tauchen am besten Da schießt schon einer Die stehen hier hinten Da hinten ist einer Versuch hinzutauchen Hat jemand ein Schafschützengewehr mit? Ja Aua der hat mich getroffen der Pisskopf Ich seh ihn ja nicht wo Wo stehen sie denn? Wahrscheinlich auch mehr als wir oder? Aua Huso alter Ah ich bin tot Okay Jo Ich bin weiterhin auf dem Weg Das bringt nichts Wir sind bestimmt zu viert oder so Das tobt Aber ein bisschen Stress machen kann man ja trotzdem Jetzt kommen die bestimmt wieder auf unser Schiff Wirst du sehen Ja Ja dann Komm ich werde ja hier wahrscheinlich sterben Dann bin ich jetzt bei denen auf dem Schiff Ja 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 wo mit denn? Oh einer hat mich gemetzelt Mist Jetzt haben sie unser Schiff entdeckt Sind alle zu unserem Schiff gerannt Mhm Oh Mene Mahlzeit Mahlzeit Ja Ich bin tot Mist Einer war bei denen auf dem Schiff Ich komme jetzt auf unser Schiff Unser Schiff wird wahrscheinlich schon sinken Wenn wir wieder am Leben sind Ja Da ist ja doch der Brilli Hi Wie kann man ein Schiff ohne Sprengfass Ohne anderes Schiff in die Luft nehmen? Gar nicht Also geht doch nicht Du kannst versuchen den Anker zu lichten loszufahren und irgendwo dagegen zu zu fahren Na gut Der ist noch der Dutscheiß Wenn dann klaust ja einfach unsere Schätze Aber wir haben ja keine Außer ich und der zwei Ich komme und Die ist noch da Einer ist down glaube ich Ich habe gerade eben einen down Nee der ist noch Ja komm schon ich bin auch Wer ist auch down Okay Zwei down Ich bin das Okay Kann man leider nicht erschießen Wollen wir mal rüberfahren Ja das Problem ist Das wir ja hier auf der Insel was machen müssen Das stimmt Ja Ich gehe mal die Inselaufgabe erfüllen Ja Okay Dann bleiben wir hier an Bord Ja Kommen wir runter Kommen wir unter Deck Ja denken die dass das Boot nicht da ist Oder dass wir nicht da sind Oder können wir die hier weg machen Könnte auch mit meinem Beiboot einfach hinten irgendwie öfter Ja Was setzt du davon Du bist natürlich ein Fuchs Du bist natürlich ein Fuchs Ducken kann man sich hier nicht oder Nee Hast du gerade dein Säbel rausgeholt Ja Ich glaube ich muss das holen Ja Ja Oh nee warte mal hier könnte ich mal fahren Sind die abgehauen oder sind die immer Nee nee die stehen noch hier was Das Schiff steht noch Ah jetzt kommt ein Explosionsfass Mistschief Wo Aber kein Gegner Ich meine kein War ein Skelett oder was Ja ein Skelett Ja da schadest du mich natürlich jetzt verraten wo ich bin Oh Hier steht aber noch ein Explosionsfass Hey Na dann Ich grabe aber erstmal Jetzt ist alles ruhig glaube ich Ich glaube dass die los fahren Okay jetzt bin ich mir ziemlich sicher dass die los fahren und zwar zu uns Okay Ja Wir fahren weg Okay Hm Nice Die sind viel schneller Die kommen jetzt da schon rum Ich glaube ich muss nicht hoch Meno mach du die Aufgabe oder was Ja ich mache ich mache ich mache ich mache Hier ist noch ein Schießpulverfass Hier ist noch ein Schießpulverfass Hier ist noch ein Schießpulverfass Facke Wir müssen drehen Hast du genügend Kanonkugeln dabei? Da kommt wohl gerade welche Alter die Da habe ich dir kein Holz Der Mast ist kaputt Der Mast ist kaputt Okay Ja ich muss hier unten gerade mal flicken Wo ist der Mast? Wo ist der Mast? Der liegt hier Achso müssen wir erstmal hochziehen ne? Warum macht der nichts? Hilfst du mit? Ich weiß nicht ob du mit helfen musst Ich steuer gerade Ich kann alleine das Ding nicht hochziehen Steuer mal Egal Mach mal das Zieh mal mit hoch Oder war das das andere? An welchen muss man es denn hochziehen? Äh Ah ne jetzt gehts Am Porder muss man es hochziehen Geh mal wieder ins Steuer Wir müssen an der Händel da Ich habe das Ding Nein nein du die sind hinter uns Stell mal die Segel ein, wenn du kannst Ich versuche mit der Explosionsfass auf deren Schiff zu tauchen Der Mast wird repariert Sehr gut Mast steht Mast steht Optimisen Ja I try Da ist noch ein Schiff neben uns Ist das ein Schiff? Das ist ein Schiff oder? Ja 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 Wo sind sie denn? Äh Zwiebel du fährst jetzt zurück ja? Es ist mir egal Ich dreh von denen weg Dreh, dreh, dreh Dreh immer weiter Immer weiter rechts Und dann fahren wir Mähne holen Du musst gleich mal ein bisschen optimisen, dass wir hier genügend Saft drauf haben Ja ja die sind hier Die fahren jetzt glaube ich weiter Wie das gerade aussieht Ja wir fahren weiter Ja wenn du so Zwecks Hai und so mir entgegen kommen würdet Wäre das natürlich genial Ja 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 schwimmst du jetzt oder was? Ja klar was soll ich denn sonst machen? Ist doch voll weit weg Geh da bleib auf der Insel Die kommen aber weiter Die kommen nahe Die kommen weiter an uns ran Kannst du mal optimisen? Ja Bitte Ja die verfolgen uns Ja die verfolgen uns Ja die verfolgen uns Ich könnte aber mich jetzt zum Schiff teleportieren Jetzt ist mir hier die Die Tante ist jetzt erschienen Ja dann mach Aber dann hab ich halt das Explosionsfass nicht mehr dabei Ah Ja ist egal Ne ne dann Wir kommen nicht holen Wir fahren jetzt weiter im Kreis Wo sind die? Die sind genau hinter uns Ja Du musst drehen bringen? Ja 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 Oh Gott Oh Gott ich geh Ich geh flicken Ah schade Jo hat wohl funktioniert Da vorbei zu glitchen Optimisen? Ja sofort Die sind Die kommen nämlich hier direkt schräg von uns Ich kann halt nicht mehr optimisen Jo Ich hör schon die Kanonenschüsse Die kommen jetzt im sehr guten Winkel Ja Alter was ist denn hier? Ja Ich hab auch mal zwei Kugeln abgeschossen Mene Mene wo bist denn du? Hast du dich her teleportiert oder doch? Ne ich bin geschwommen Achso Mit Explosionsfass in der Hand Ich versuche irgendwie die fairen Schiff zu erwischen Mal gucken Da unten ist erstmal repariert Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Du musst drehen noch weiter Ich hab gerade hier Ich bin gerade mene Ich bin hart am Wind Ja aber Dreh mal Richtung Mene jetzt ab Ich muss euch und die erstmal sehen Hier sind so hohe Wellen Das ist mit Schwimmen echt schwierig Ja Wir versuchen jetzt Richtung zu dir jetzt wieder zu kommen Ja Also jetzt würden wir halt richtig Vorsprung gewinnen von denen Ja aber ist doch egal Ahja ich seh euch und ich seh die Wart zu Mene Das sind doch keine Loser Ich weiß aber nicht wo Mene ist Ich hab keinen Keine Ahnung Ach da Dann fahren wir doch direkt auf die zu man Ist doch egal Die haben gedreht Die haben eine 180 Grad Wendung gemacht Au jetzt hat mich der Hai angegriffen Mist Wir müssen Mene holen Ja ich glaube nicht dass ich es überlebe Weil der Hai ist jetzt da Lass das fast doch einfach los Und dann schießt auf den Hai Autsch Hat mich der Bichte Hai Ich hab zwar auf ihn geschossen Ich hab ihn auch getroffen Aber der ist halt schnell Dann holen wir die jetzt dritt oder? Keine Chance Woher wollt sie das wissen? So gut waren die nicht oder? Nö gar nicht Die haben zweimal geschossen Unseren Mast umgelegt Die haben mit Ketten geschossen Die haben mit roten Tanzkugeln geschossen Die sind bestimmt Die sind Anfänger Würde ich sagen Die holen sie jetzt das andere Schiff da glaube ich Wollen sie machen Es sind ja auch mehr als wir Weil die segeln ja so einen riesen Pott Ja ok wir haben aber jetzt die beiden Kartenstücke Da ist auch jetzt ein X schon Reicht das immer noch nicht oder was? Rede was hast du? Äh ne das reicht nochmal nicht Wir brauchen alle drei Kartenstücke Ok dann müssen wir jetzt Richtung Warte Warte Ich müsste mal in den Kompass gucken Aber ich kann auch drauf gucken Ja ich mach Wir sind jetzt wieder am Leben Wir müssen Wir müssen nach rechts Bibel lenkt mal nach rechts Ja ja ich war grad unten Ja Ziemlich genau 90 Grad Fast 90 Grad nach rechts Also nach Südwesten Nach Südwesten Sieht aus als würden die beiden anderen Schiffe Die selbe Mission machen Mhm Leute die Folge ist auch so ne? Also eigentlich fast nach hinten Auf dieses Tor zu da Zeig dein Kompass aber was anderes an Was? Ja wo soll ich jetzt hin drehen? Ja schon die Richtung Aber bei mir zeigt er eher Also jetzt stopp an Ja ne bei mir noch nicht Jetzt segeln wir direkt auf das andere Schiff zu Jetzt ist es genau gerade Jetzt ist es ziemlich genau gerade Ja liebe Leute Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch Zum Zuschauen Hier in der neuen Session In Season 4 Bei Sea of Thieves Und wir sagen tschüss Bis zum nächsten Mal Hier bei den Rum Geschichten Und dann ist der Dünne Der Dicke und der Coole wieder dabei Ja genau Ich bin der Coole Ich bin der Coole Jo Danke fürs cool sein Also Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss